Ja, das ist meine Seite. Dies ist meine Seite. Auf Tausend Drill. Ja, da ist ein Cranky. Eine Seite ist überquart. Okay, jetzt ist wieder einer durchgekommen. Mhm. Flieg, 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 vier. Vier Sterne, ja. Und Bonusschädel einer Sprungfederfalle. Ach, die gab es im ersten Teil auch. Ja. Da ist ein Ding, legst du auf dem Boden, hier wie so am Abgrund. Legst du da hin, dann macht die Klapp und der Typ fliegt in den Abgrund. Tschüss. Aber die dauert lange, bis sie wieder auflädt. Komm mal. Okay. Aber nur für den Schädel. Ich, ich hab, ich hab sieben. Hahaha. Fallen, Waffen. Sonst ist aber auch hier nix. Besonders im Moment. Pfeilwand. Pfeil setzen Gegner manchmal in Brand. Okay. Na, ist nicht gut, Daniel. Aber ich spalte erstmal eine Runde. Für was dickeres. Münzpresse. Wenn mehr Münzen ein. Schwefel. Hier. Tchö. Weiß ich nicht. Tchö. Frag mich mal. Ich hab keine Ahnung, was ich da schönes kaufen soll. Ähm. Hahaha. Ja, passiv, passiv. Ich falle ein bisschen schneller zurückgesetzt. Das hält sich gut an. Das ist aber teuer. Passiv. Ich möchte alle Gegner. Da, da unten, das brauch ich. Da, da unten, das brauch ich. Okay. Da sind das. B-Reit. Der Übergang. Das sieht aus. Der. Der kann einer deiner allerbesten Freunde sein. Achso, jetzt erstmal wieder den blöden Kranz da wegmachen. Erstmal ist auch so. Ja, eine Fehlentscheidung. So, Sprungfehlerfaller nehmen wir mit. Und Barskrabumpfass. Jawohl. Barskrabumpfass hab ich nicht. Ich hab die Sprungfehlerfalle. So, wo kommen sie her? Ja, zack. Ja, einmal von hier? Ja, einmal von hier? Laufen lang. Laufen über die Schienen immer. Ah ne, da ist noch eine Welle. Laufen aber nicht hier oben lang, oder? Wenn ich das richtig sehe. Hier ist was oben. Hier oben ist aber auch noch ein Ausgang. Oh. Die zeigt aber keine Pfeile an. Ja, wenn ich das jetzt wüsste. Wenn die jetzt bekommen kann. Die zeigt nicht. Die zeigt nichts an. Gehe aber mal davon aus, dass die hier lang laufen. Dann in den. Uff. Oh, schwer. Ja. Kurzer Weg. Ähm. Ja. Einfach mal testen. Aber ich spar einfach und guck einfach wo sie lang gehen. Ich setz dann erst die Fallen. Das geht ja relativ schnell. Warte. Ja. 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 Da aufeier. Ja. Und hier so eine Bremse einbauen, wo sie drüber latschen. Fein. Hier kann auch schon eine Sprühpfanne hin. Nee, das ist durchblöd. Oh ja. Zack. Okay, kommt da eine Bremse rein. Zack. Okay, bin fertig. Fertig, fertig, fertig. Ja, ab. Noch gar keine Pfanne gesetzt. Fertig, fertig. Das ist prima. Schreck Kai aus der Kiste. Haha, ein Gurken. Ach, die fangen jetzt gleich an zu ballern. Teile zu schießen. Oh. Hat mich vergiftet, also. Boah. Ich bin gerade mit Apropos untergefallen. Haha. Wieso das denn? Haha. Ich weiß nicht. Euer Spalt öffnet sich. Okay, jetzt kommen sie gleich hier oben. Jetzt muss ich mal gucken. Jo, kommen sie auch. Wie die jetzt laufen. Auf jeden Fall eine Bremse. Ist es nicht ziemlich kalt hier? Ja. Da war ja ein der Spieler im Back. Es ist so hoch. Hau dich! Ellen! Mach mal was. Hab ich doch gesagt? Die laufen direkt hier. In die Ecke. Oh Freunde. Ach die werden direkt da runter gefeuert. Sehr gut. Tja, ich bräuchte ein rotes Fläschchen. Warte mal, meine Freunde. Bist du oben? Ja. Nur oben. Komme. Ach, alles. Ordentlich. Hätte ich in der Schule besser aufgefallen. Was ist das? Überlegenheit. Ah, die Sprungfeder. So doll. Kannst du nirgendwo nirgendwo hinsetzen? Das ist echt doof. Wie weit müssen sie da laufen? Nö. Ich weiß net, ich weiß net. Okay. Stell mal so'n Fass an beide Ausgänge. Wenn da mal einer durchkommt, dann existiert der dann. Okay. So, hier unten für ne kreative Fallenaufzeit. Oh, hier oben zwei Dicke. Ich eile, ich eile. Weg. what? Big. Warte. Warte. Warte, warte. Warte. Warte, warte. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oben ist nix. Jetzt kommen sie oben auch. Die Orks werden jetzt auch von den Dinger da umgeschmissen. Oh, Lohren! Oh, Lohren! Hast du Klau'n? Ja, ja! Stomme! Ich brauche nur ein paar Wie sieht es bei dir aus? Wohweit? Da geht's schon Bitte wüsst du den du? Wohweit? 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 Woh€ Wohird ... Woh cafes Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. nicht so ich würde diese mich heruntergesprungen ja es ist mir auch noch passiert zwei Schäden und zwei Blödsichter das hört sich gut an und gucken was können wir uns kaufen meine Ausrüstung jetzt werden wir uns aber teuer kosten 900 kostet ich brauche mehr Kohle das hört sich geil an